Die Männer von heute sind auch nicht mehr das, was sie noch nie gewesen sind. Normalerweise ist mein Problem, dass ich zu wissbegierig bin und alles machen will. Der Grund, der mich antreibt und der größte Teil meines Jobs und dessen, was ich tue, ist die Menschlichkeit und es gibt bestimmte Momente, in denen das wirklich durchschlägt. Ich weiß nicht, wieso ich Single bin, ich sehe es aber definitiv nicht als Makel. Nach einer Krebserkrankung ist es wichtig zu wissen, dass man am Ende immer noch derselbe Mensch ist. Man ist fast auf Null heruntergefahren, aber die meisten Menschen fühlen sich am Ende mehr wie sie selbst als je zuvor. Wichtig zu wissen ist, dass man dabei immer noch derselbe Mensch ist. Ich bin eifriger denn je, das zu tun, was ich getan habe. Ich will alles machen. Man braucht viel Glück, um Menschen zu finden, mit denen man den Rest seines Lebens verbringen möchte. Manche Menschen finden ihren Seelenverwandten, andere nicht. Ich glaube, die Liebe ist wie eine Lotterie. Ich bin eine freundlich schnurrende Katze in einer Popwelt, in der alles immer verbissener wird.